moin moin liebe leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal mein name ist der handels für alle die mich noch nicht kennen und es ist der erste motorrad mittwoch in diesem jahr ich habe die karte schon gewaschen und jetzt geht es gleich zum ölwechsel das mache ich alleine und ich zeige euch was wir da brauchen und wie das geht und dann würde ich sagen sehen wir uns nach dem intro wieder bis gleich es kann losgehen mit dem ölwechsel die karre ist jetzt warm gefahren man sagt so 10-15 kilometer fahren damit das öl ungefähr eine temperatur von 80 graden hat habe ich zumindest gelesen das hat jetzt hier keine temperatur anzeige dieses moped deswegen weiß ich nicht genau aber ich denke das wird passen wichtig ist nur dass das ein bisschen auf temperatur ist damit das gleich besser ab fließt und wir brauchen folgende dinge für den ölwechsel eine knarre mit 24er nuss ein öl auffang behältnis das kann man sich übrigens auch gut aus dem alten kanister selber bauen das hier ist aber auch sehr praktisch dann brauchen wir natürlich öl 10 w 40 habe ich hier vier tagt öl das ist jetzt ein bisschen mehr als wir brauchen deswegen brauchen wir auch noch einen messbecher wir brauchen einen liter und das ganze füllen wir dann später ein mit diesem trichter das ist alles was wir brauchen nehmen nicht ganz denn wir brauchen auch noch ein bisschen bremsenreiniger und was es damit auf sich hat das erzähle ich euch gleich den gummihandschuhe oder zwei sind auch noch ganz praktisch natürlich alles wie immer in der video beschreibung verlinkt ich habe ein bisschen gemütlich gemacht aber nicht um eine runde zu pennen sondern um euch die öl ablassraube zu zeigen das ist die hier von ein bisschen weiter weg hier unten sitzt die und da müssen wir gleich ein bisschen aufpassen denn da sitzt eine fehler hinter dass uns die nicht entgegen gesprungen kommt und ich würde sagen wir legen einfach mal los das alte öl ist abgelassen und ich habe den ölfilter mal raus geholt und wir sehen schon das ist kein klassischer filter den man wechseln kann sondern das ist so ein sieb und dafür haben wir jetzt auch den bremsenreiniger um das sauber zu machen das wird nämlich einfach wiederverwendet und wir sehen hier da sind sogar so kleine partikel drin also es hat sich gelohnt dass wir mal einen ölwechsel machen jetzt und natürlich müssen wir gleich beim zusammenbau dann beachten dass wir den wieder richtig rum reinsetzen aber das haben wir ja zum glück auf video können wir nochmal nachschauen wenn wir uns nicht sicher sind sauber jetzt können wir das alles wieder zusammenbauen der fährt schon und ich muss noch schrauben frech halten wichtig ist natürlich auch dass ihr die schraube am ende nicht zu fest anzieht sonst geht das ganze nämlich kaputt machen wir uns ans nachfüllen dazu müssen wir aber einmal rüber auf die andere säude und zwar haben wir auf dieser seite unseren öl einfüllstutzen den schrauben wir einmal auf und dann sehen wir auch schon dass da ein peilstab zum vorschein kommt den brauchen wir später noch hier und da führen wir uns jetzt ein liter öl rein das messen wir aber erst mal ab das ist natürlich quatsch perfekt genau ein liter es geht los das öl ist wieder komplett aufgefüllt wir wollen aber natürlich auf nummer sicher gehen und checken das noch mal mit dem peilstab rein dein zweck nü einmal zudrehen und wieder aufdrehen perfekt hier auch nochmal perfekt perfekt und wieder zu jetzt kommt natürlich der moment der wahrheit schmeißen wir die kiste nochmal an und hoffen wir dass wir alles richtig gemacht haben da schnurrt sie wieder jawohl sehr gut herrlich kann wieder losgehen langsam warm laufen lassen das war es mit dem ölwechsel an der brixton feldsberg 125 echt eine simple sache kann man eigentlich gut selber machen kriegt ihr bestimmt auch hin oder habt ihr vielleicht auch schon gemacht bei eurem motorrad dann schreibt das gerne mal in die kommentare ich räume jetzt hier noch meine unordnung auf und mache alles wieder sauber und dann lasse ich die karre noch mal ein bisschen warm laufen vielleicht fahr ich auch noch eine runde aber das seht ihr dann nächste woche da nehme ich euch mal wieder mit auf eine runde durch den schwarzwald oder so oder schreibt mir gerne mal in die kommentare was ihr noch beim motorrad mittwoch sehen wollt immer gern rein damit in die kommentare freue ich mich ansonsten könnt ihr hier natürlich weitere videos von mir anschauen und hier den kanal abonnieren am sonntag kommt dann wieder ein video zum bus zu dem dicken da hinten mittwoch wieder motorrad wieder bus wieder motorrad so machen wir das jetzt erstmal eine weile denke ich hoffe ich schauen wir mal bis dann haut rein ciao ciao ciao